Deutsche Norwich-Trainer Abgang von Niko Kovac, emotionale Worte vom neuen Bayern-Trainer nach seinem letzten Heimspiel in Frankfurt. Quelle, Omnesport Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für Trainer Niko Kovac. Dabei hat der Klub auch ein Auge auf einen deutschen Trainer aus Englands zweiter Liga geworfen, Daniel Farke. Der deutsche Trainer Daniel Farke vom englischen Fußball-Zweitligisten Norwich City ist beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt offenbar ein Kandidat für die Nachfolge von Niko Kovac. Daniel Farke, der 41-Jährige übernahm vor der Saison den englischen Zweitligisten Norwich City. Jetzt hat ihn auch Eintracht Frankfurt auf dem Zettel. Quelle, Focus Images-Imago Wir beobachten viele Trainer auf dem Markt, auch Daniel Farke. Er leistet sehr gute Arbeit und entwickelt sich bei Norwich City sehr gut weiter, sagte Frankfurts Sportvorstand Freddy Bobik bei Sport1. Vor seinem Engagement auf der Insel arbeitete der 41-Jährige anderthalb Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund in der Regionalliga West. In der Saison 2016-2017 feierte er mit der schwarz-gelben Reserve die Wisse-Meisterschaft. Bei den Engländern, mit denen er die Saison auf Platz 14 beendete, besitzt Farke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der aktuelle Frankfurter Trainer Kovac hatte Mitte April verkündet nach zwei erfolgreichen Jahren zur neuen Saison zu Rekordmeister Bayern München zu wechseln. Seitdem sind die Hessen auf der Suche nach einem Trainer für die kommende Spielzeit.